euch allen einen happy mo2 day ja ihr habt richtig gehört mo2 day denn immer am 28 april eines jahres gibt es diesen masterstag und ja dann wollte ich mit euch heute ja begehen indem er vielleicht das ein oder andere video hier auf meinem kanal schaut ja da habe ich ja einige masters reviews der letzten jahre euch hochgeladen ihr könnt natürlich auch was ich meistens so mache sich vielleicht mal den ein oder anderen cartoon der masters anschauen da gibt es ja eine menge von sei es von den filmation cartoons oder auch von den new adventures den 2000 exon den revelations cartoon oder aber auch von der cgi serie he man and the masters of the universe da bietet ja die palette eine menge oder ihr schaut euch einfach den umstrittenen realfilm mit dalv landgren aus dem jahr 1987 einmal an das werde ich vielleicht heute abend auch mal tun obwohl ich ihr wisst es ja nicht unbedingt der größte fan von dalv landgrens werk bin oder ihr könnt einfach mal in eure sammelzimmer gehen wie ich das jetzt gerade gemacht habe und euch eure sammlung mal anschauen und vielleicht die eine oder andere figur noch mal aus dem karton holen ja habt ja bestimmt als aufbewahrung weil ihr keinen platz mehr habt so geht es mir aber auch vielen anderen fans einfach mal den karton aus dem vom dachboden runter holen oder im keller oder wo auch immer ihr die ganzen verpackten figuren verstaut habt und könnt euch diese mal noch mal zu gemüte führen und sagt ach das haben wir ja auch noch gekauft in den letzten wochen monate jahre das wäre doch gar nicht verkehrt diese mal wieder mal in händen zu halten oder vielleicht auch mal die deko auszutauschen vielleicht mal figuren wieder zu platzieren die sonst immer versteckt in aufbewahrungskisten waren ja überlege ich mir auch mal das könnte ich auch machen ich könnte natürlich auch heute am moto day könnte ich natürlich auch mein sammlerzimmer wieder mal ein wenig entstauben aber nein ich möchte feiern hier mit einer tasse kaffee das kennt ihr ja von mir das werde ich natürlich machen ich werde natürlich an die giganten denken ich werde mir vielleicht auch das ein oder andere comic noch mal zu gemüte führen dann gibt es noch was gutes zu berichten ich hatte vorgestern bescheid bekommen mattel hat endlich meine dark lynn verschickt endlich 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 darauf warte ich ja schon einige tage es ist endlich soweit jetzt fehlt mir nur noch der hieskeletor der müsste auch langsam hier mal bei mir eintrudeln da gibt es immer noch keine versandbestätigung da bin ich aber guten mut ist dass es heute am moto day klappen wird ich hoffe auch für euch draußen ja falls er auch noch auf ware von mattel creations wartet die verschickt werden soll heute könnte unser tag sein ich stücke beide daumen und ja damit beschließe ich auch dieses kleine info video am heutigen moto day moto day krass und ja wir sehen uns wieder bei einem der nächsten videos hier auf meinem kanal bis dahin bleibt auf alle fälle weiterhin sammelwütig tschüss